Ja, Servus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal hier draußen in der Natur. Bin ich alleine unterwegs, mache einen Overnighter. Der Markus, der René und der Sven sind auch dabei. Ja, das Hauptvideo wird der Markus machen. Den Link setze ich unten rein für seinen Kanal. Sven hat ja auch einen YouTube-Kanal. Schaut es auch da mal rein. Und bei mir gibt es hier kurze Impressionen. Also bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.